Können wir die Zukunft voraussagen? Diese Frage hat den berühmten Physiker Stephen Hawking beschäftigt und ich verrate euch gleich, wie er geantwortet hat. Lokale Voraussagen zum Beispiel für diesen Kanal sind natürlich ziemlich einfach. Wenn ihr abonniert und die Glocke gedrückt habt, kann ich euch mit großer Sicherheit voraussagen, dass ihr künftig immer informiert werdet, wenn ein neues Video online geht. Das ist, so seltsam es klingt, bereits ein wichtiger Teil der Antwort. Warum? Naja, weil die Zukunft offenbar umso voraussagbarer ist, je linearer, einfacher, planbar die Prozesse sind, die gerade ablaufen. Allerdings kommt ihr bald schon an den Punkt, an dem ihr die nahe Zukunft von vor wenigen Sekunden bereits wieder hinter euch haben werdet. Die gute Nachricht lautet, je später ihr wegklickt, umso größer wird der Teil des Videos, das ihr gesehen haben werdet, nämlich dieses hier und damit auch die Antwort auf die Frage, ob wir die Zukunft voraussagen können, immer klarer beantwortet ist. Hier ist Stephen Hawking Teil 2 mit der Frage, können wir die Zukunft vorhersagen? Um sie zu beantworten, ist es nötig mit Hawking einen kurzen Ausflug zu machen in die Themenfelder Determinismus, Newtons Physik im Unterschied zur Quantenphysik, Heisenbergs Unschärferelation zum Schmetterlingseffekt und der Raumzeitkrümmung, können wir die Zukunft voraussagen. Hawkins kurze Antwort lautet, ich zitiere sie, nein und ja, im Prinzip erlauben uns die Gesetze, die Zukunft vorauszusagen, aber in der Praxis sind die Berechnungen oft schwierig. Zitat Ende. Ich glaube, da müssen doch ein paar Dinge näher erklärt werden, oder? Wenn ich Stephen Hawking richtig verstanden habe, besagt seine knappe Antwort, dass wir die Zukunft eigentlich nur sehr unscharf vorhersehen können. Wahrscheinlich lautet daher die eigentlich spannende Frage, wenn wir sagen, wir könnten in die Zukunft schauen, was sehen wir dann genau und wie weit hinein können wir uns in sie vorwagen? Philosophen würden zunächst mal anmerken, dass jede Zukunft ja immer nur im Jetzt existiert. Sie ist das, was jetzt auf mich zukommt. Zukunft. Das, was ich mir jetzt unter dem weiteren Verlauf der Zeit vorstelle. Ohne diese Gegenwart gibt es keine Zukunft. Oder wie Kinder sagen würden, die Zukunft existiert doch nicht in echt. Im Grunde stimmt das. Zukunft existiert so lange nicht, bis sie eintritt und schließlich zur Gegenwart geworden sein wird. Bis dahin bleibt alles fraglich und unscharf. Warum? Naja, weil das, was da auf uns zukommt, immer auch anders kommen könnte. Plötzlich biegt die Zukunft vom geraden Weg, den wir vorausgesehen oder vorausberechnet haben, ab im Informatikersprech, der Entscheidungsbaum der Zukunft folgt. Die Zukunft verzweigt sich ab einem gewissen Punkt, läuft anders als gedacht und anders als berechnet. Und gerade diese Unberechenbarkeit macht ja das Wesen der Zukunft aus. Wenn die Zukunft aber schließlich Gegenwart geworden ist, dann ist es für die Zukunft natürlich schon zu spät, weil diese Zukunft von jetzt im nächsten jetzt längst keine Gegenwart mehr ist, sondern schon Vergangenheit geworden sein wird. Zukunft ist also eine extrem seltsame Sache, denn sie existiert nur, wenn wir sie von unserer Gegenwart aus betrachten. Dann aber ist sie plötzlich auch schon vorbei. Sie existiert ebenso wie die Vergangenheit nur in der Gegenwart, die die eigentliche Zeit ist. In seinem Buch kurze Antworten auf große Fragen beginnt Hawking seine Beantwortung mit der Feststellung, dass wir Menschen über Jahrtausende hinweg Katastrophen, aber auch Glück, das ohne Vorwarnung plötzlich über uns hereinbricht, kurz alles Unberechenbare den Göttern zugeschrieben haben. Die machen aber seit jeher, was sie wollen. Wir Menschen geloben dann zwar, wenn es schlecht oder wenn es besonders gut läuft, uns zu bessern oder eben weiterhin gut zu benehmen, damit die Götter gnädig gestimmt sind und die Zukunft sich in unserem Sinne entwickelt. Tatsächlich versuchen wir bis heute mit solchen meist moralischen Vorsätzen das Glück buchstäblich herbeizureden. Allerdings ist nicht alles unberechenbar. Und deshalb hat es so Hawking Menschen irgendwann gedämmert, dass es ja gewisse Regelmäßigkeiten in der Natur gibt. Die Jahreszeiten sind eine solche Regelmäßigkeit. Newton, der von 1643 bis 1727 lebte, hat vor über 300 Jahren dann die verlässliche mathematische Grundlage für die Berechnung dieser Regelmäßigkeiten in der physikalischen Welt geschaffen. Und interessanterweise war das, was sich als besonders leicht berechenbar erwies, ausgerechnet die Bewegung fast aller fernen Himmelskörper, die ja in manchen Religionen für Götter gehalten wurden. Die zentrale Theorie aber, die bis heute in unseren Vorstellungen von Zukunft wirksam ist, nämlich die vom Determinismus, der vorherbestimmten Zukunft, stammt von dem Astronomen und Mathematiker Pierre Simon de Laplace, der mehr als 200 Jahre nach Newtons Tod geboren wurde und von 1749 bis 1827 lebte. Hawking sagt es nicht eigens, aber die Behauptung, die Zukunft sei vorhersehbar, beruht natürlich vor allem auf der Annahme, dass die Natur deterministisch sei, also bestimmten Regeln und Gesetzen folgt, die wir berechnen können. Laplace galt schon früh als große mathematische Begabung und führte den Begriff der Himmelsmechanik ein. Darunter verstand er die mathematisch ausgearbeitete Theorie der Bewegung der Himmelskörper unter dem Einfluss der newtonschen Gravitationskraft. Und dieser Theorie verdanken wir einen großen Teil unseres Wissens über die Planeten des Sonnensystems. In seinem berühmten Essay »Philosophischer Versuch über die Wahrscheinlichkeiten von 1814« beschreibt Laplace den Determinismus in seiner »das gesamte Universum erfassenden Größe und Wirkung«. Das komplette, lesenswerte Zitat von Laplace findet ihr hier unten in der Infobox. Das Fazit von Laplace ist, dass wir mithilfe der Mathematik Gegenstände der Wirklichkeit einschließlich der Atome, sagt er, derart gut beschreiben und ihre Dynamik in Gesetzen erfassen können, dass wir daraus eine Berechnung der Zukunft ableiten können. Kennen wir die Position und die Geschwindigkeit aller Teilchen im Universum, so Laplace, dann können wir auch ihre weitere Entwicklung, also auch den Zustand, zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt berechnen. So weit, so gut. Gäbe es nicht das, was Chaos-Theoretiker im letzten Jahrhundert den »Schmetterlingseffekt« nannten. Eine kleine Veränderung, eine kleine, ungeahnte, völlig zufällig erscheinende Fluktuation an einem Ort, hier, kann eine ganze Kaskade von Ereignissen dort auslösen, weil eine Veränderung eine weitere verursacht und schließlich all diese Veränderungen in der Summe zu einer unvorhersehbaren Entwicklung führen, etwa zur Entstehung eines Sturms. Daher kommt das mit dem »Schmetterlingseffekt«. Tatsächlich gibt es zwei Entwicklungen im 19. und 20. Jahrhundert, die eindeutig zeigen, dass und warum Laplace faktisch falsch lag. Das war nämlich erstens die Quantenmechanik von Max Planck und zweitens die unschärfe Relation von Werner Heisenberg zu Max Planck und zur Quantenmechanik. Der spätere Nobelpreisträger Max Planck konnte zeigen, dass sich die Natur auf ihrer untersten, gerade noch messbaren Ebene nicht kontinuierlich, sondern in Sprüngen bewegt. Energie wird in Päckchen, in Quanten aufgenommen und abgestrahlt. Ein Quantensprung ist also nichts Großes, sondern im Gegenteil der kleinstmögliche Sprung. Wäre es anders, dann hätte alles in unserem Universum bereits dieselbe Temperatur, weil sie sich einander kontinuierlich im Laufe der Jahrmillionen angeglichen hätte, also die Temperatur der unterschiedlichen Dinge. Das aber ist nicht so, wie wir alle sehen. Warum? Weil zum Beispiel ein Körper, der nicht so heiß ist wie die Sonne, auch nicht wie die Sonne Energie abgeben kann. Ein Herd sondert weder ultraviolettes Licht ab, noch Röntgenstrahlung wie die Sonne. Hawking vergleicht das Ganze mit einem Supermarkt. Dort kann man auch keine einzelnen losen Zuckerwürfel kaufen, die man dann aufstürmen kann, sondern man bekommt Zucker nur in ganzen Tüten zu einem halben oder ganzen Kilo. Es gibt im Universum des Supermarkts also keine physikalischen Phänomene, die einzelne kleine Zuckerstückchen abgeben, die man dann auftürmen kann. Die Energie kommt nur in ganzen Paketen, sprich gequantelt. Würden wir in einem deterministischen Universum leben, nach dem Motto mehr Ursache, mehr Wirkung, dann müsste es eine kontinuierliche Abgabe von Strahlung geben. Weil das aber nicht so ist, schreibt Hawking, bekommen wir auch von einer Tasse Kaffee, die natürlich Wärmeenergie durchaus abstrahlt, zwar vielleicht eine heiße Hand, aber nie einen Sonnenbrand. Denn die Kaffeetasse ist nicht energetisch in der Lage, wie die Sonne UV-Strahlung in UV-Quanten abzusondern. Und das stellt in gewisser Weise einen Bruch in allen kontinuierlich gedachten Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen dar. Und noch eins kommt erschwerend hinzu. Alles, was sich möglicherweise unterhalb der sogenannten Planck-Länge in einer Dimension kleiner als 1,61 mal 10 hoch minus 35 Metern abspielt, ist prinzipiell für uns nicht mehr beobachtbar. Wir können Zusammenhänge von Ursache und Wirkung nur oberhalb dieser Grenze beobachten. Ob hinter dieser Grenze die bekannten physikalischen Gesetze überhaupt noch anwendbar sind, können wir prinzipiell nie wissen. Wir können es nicht überprüfen. Aus der Traum von der präzisen Vorhersage der Zukunft. Womit wir beim zweiten, wie ich finde, noch schlagenderen Argument wären, nämlich bei der Unschärferelation von Werner Heisenberg, in der er sich auf Max Planck bezieht. Vereinfacht gesagt läuft seine Theorie darauf hinaus, dass je mehr wir versuchen, die Position eines einzelnen Teilchens noch genauer zu messen, wir umso ungenauer werden bei der Bestimmung seiner Geschwindigkeit. Und noch etwas kommt hinzu. Indem wir die Position eines Teilchens messen wollen, müssen wir ja am besten kurzwelliges Licht einsetzen. Also brauchen wir ein kurzwelliges Lichtquant, sprich zum Beispiel Röntgen- oder Gammastrahlung, das wir in Richtung Teilchen schicken, um es überhaupt beobachten zu können. Diese Strahlung kann dabei aber energetisch viel größer sein als die des Teilchens selbst, das wir messen wollen. Und das bedeutet, dass wir durch die Messung einen Energiestatus dieses Teilchens verändern. Laplace und damit die gängige Idee des Determinismus, die setzt aber voraus, dass wir die Dinge, um sie beobachten zu können, völlig unbeeinflusst lassen. Wir kommen sozusagen in diesem System selber nicht vor. Nur so können wir auch genau die Position, aber auch die Geschwindigkeit jedes einzelnen Teilchens im Universum genau bestimmen. Wäre das der Fall, könnten wir dann auch zukünftige Positionen und damit eben auch zukünftige Ereignisse vielleicht berechnen. Diesem Determinismus hat Heisenberg aber jede Grundlage entzogen. Wie soll man die Zukunft voraussagen, schreibt Hawking, wenn man zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht die Position und die Geschwindigkeit von Teilchen genau messen kann? Bekanntlich missfielen Albert Einstein diese Überlegungen von Max Planck und Werner Heisenberg ziemlich. Er litt geradezu darunter. Gott würfelt nicht, lautete ja sein Credo. Und deshalb glaubte er, man habe irgendetwas in dieser Theorie übersehen. Es werde sich am Ende sicher noch eine Regel, ein Gesetz hinter dieser Unbestimmtheit finden lassen. Doch dann bewies der britische Physiker John Bell später, so Hawking, dass es in all den Messungen keine versteckten oder verborgenen Variablen gibt und geben kann. Und das bedeutet, wenn Gott überhaupt irgendwas täte, dann bliebe auch er selbst dabei an die Gesetze der Unschärferelation gebunden. Und damit ist es endgültig mit der Chance vorbei, es gäbe eine Gesamtschau aller Informationen, um die Zukunft an jedem beliebigen Ort genau vorherzusagen. Stattdessen hat sich eine 50-prozentige Unschärfe eingeschlichen. Wir bräuchten aber die Messung von Position und Geschwindigkeit von Teilchen, haben aber nur entweder das eine oder das andere. Die andere Hälfte fehlt uns also. Das Ergebnis von all dem war bekanntlich die Weiterentwicklung der Quantenmechanik zur sogenannten Wellenfunktion, die Heisenberg, Erwin Schrödinger und Paul Dirac entwickelten. Vereinfacht gesagt gibt es diese Funktion die Wahrscheinlichkeit an, mit der ein Teilchen an einer bestimmten Position anzutreffen sein wird. Die Rate, mit der sich die Wellenfunktion von Punkt zu Punkt im Raum ändert, schreibt Hawking, entspricht dabei der Geschwindigkeit des Teilchens. Beispielsweise kann die Wellenfunktion in einer sehr kleinen Region, also an einem genau bestimmbaren Punkt oder in einem bestimmbaren Bereich, einen steilen Anstieg aufweisen, was bedeutet, dass die Gewissheit, ob sich das Teilchen an dieser Stelle befindet, sehr hoch ist. Geht man aber dann zum nächsten Punkt weiter, verändert sich die Wellenfunktion natürlich wieder und fällt ab. Auf der anderen Seite ist der Anstieg steil und die Wahrscheinlichkeit des Aufenthalts eines Teilchens sehr hoch, aber auf der anderen Seite fällt die Funktion zum nächsten Punkt auch wieder steil ab. Und das bedeutet, dass die Ungewissheit bei der Bestimmung der Geschwindigkeit sehr groß ist, obwohl wir wissen, wo sich das Teilchen sehr wahrscheinlich aufhält. Der entscheidende Gedanke ist also, dass die ominöse Wellenfunktion zwar alle Informationen, die wir brauchen, enthält, also die Information über Position und Geschwindigkeit. Aber um diese Werte zu einem anderen Zeitpunkt zu berechnen, einem zukünftigen Zeitpunkt, muss man die Schrödinger Gleichung und damit die Wellenfunktion anwenden. Das ergibt dann zwar eine Lösung, aber nicht im Sinne eines genauen laplassischen Determinismus. Richtig ist, dass wir die Wellenfunktion für einen anderen Zeitpunkt zwar berechnen können, okay, doch dabei geht es nur um Wahrscheinlichkeiten. Wir sind aber nicht in der Lage, Position und Geschwindigkeit ganz exakt vorherzusagen, sondern immer nur die mehr oder minder wahrscheinliche Kombination beider. Und dann kommt noch ein Problem hinzu, so Hawking. Es deutet nämlich sehr viel darauf hin, dass es ganze riesige Regionen im Universum gibt, in denen die Raumzeit derart stark gekrümmt ist, dass wir unmöglich überhaupt noch etwas beobachten können. Insofern brennen die schwarzen Löcher als Gravitationsmonster, die alle Informationen vernichten, ein dickes Loch in unsere schöne deterministische Vorstellung von einem kontinuierlichen und konstant beobachtbaren Universum. Aus die Maus! In solchen Regionen mit schwarzen Löchern, also Regionen mit extremer Raumzeitkrümmung, können wir weder eine Position noch die Geschwindigkeit von irgendwas ermitteln. Immerhin gibt es jetzt Fotos von solchen schwarzen Löchern. Damit ist die klassische Form des Determinismus widerlegt. Determinismus aber brauchen wir, wenn wir eine eindeutige Vorhersage der Zukunft machen wollen. Denn wenn die Zukunft sich jederzeit auch anders verhalten könnte, weil wir es mit Wahrscheinlichkeiten zu tun haben, werden all unsere Vorhersagen letztlich wertlos. Ich persönlich glaube, dass es sogar noch ein weiteres Argument gegen die Vorhersagefähigkeit gibt, auf das Hawking gar nicht näher einging. Es hat mit der Nicht-Linearität nicht aller, aber vieler komplexer Systeme zu tun. Diese lassen sich in ihrem Verlauf nur näherungsweise bestimmen. Man kann aber muss das nicht mit Quantenphysik begründen. Man könnte auch sagen, dass komplexe Systeme, die bestimmte Formen chaotischer Dynamik aufweisen, auch dann nicht genau zu berechnen sind, wenn wir Position und Geschwindigkeit aller Teilchen ganz genau bestimmen könnten. Wir können nämlich häufig keinerlei genaue Aussage über die Entwicklung chaotischer Prozesse machen. Aufgrund chaotischer Fluktuationen können wir, obwohl wir alle Informationen hätten, dennoch keine Aussage über einen glatten, sogenannten smoothen Verlauf eines solchen Prozesses machen. Anders gesagt, ein komplexes System kann plötzlich kippen und völlig ungeplante Zustände einnehmen oder Verhaltensweisen zeigen, die wir uns niemals hätten ausdenken oder aus einer Formel ableiten können, obwohl wir alle Elemente kannten. Alles, was wir wissen, wäre dann, dass es beim Klima zum Beispiel gewisse Kipppunkte gibt, aber nicht, wann genau wir sie erreichen. Und damit wären unsere genauen Vorhersagen der Zukunft auch wieder an ein Ende gekommen. Fazit? Nur in trägen, linearen Systemen, die vollkommen berechenbar sind, wären genaue Vorhersagen möglich. Sieht man genauer hin, muss man erkennen, dass es solche Systeme in Wahrheit gar nicht gibt. Zumindest nicht, wenn man die Wirklichkeit von Quantenprozessen einbezieht. Noch chaotischer wird es in Gegenden des Universums, in denen schwarze Löcher existieren. Und je mehr wir uns ihnen annähern, umso mehr lässt unsere Fähigkeit nach, in diesen Regionen überhaupt noch irgendetwas voraussagen zu können. Und zwar weil, metaphorisch gesprochen, alle Informationen verbrennen. Damit ist aber unsere Grundlage für weitere Überlegungen futsch. Und spätestens dann ist auch Schluss mit Wettervorhersagen für schwarze Löcher. Und tschüss.